Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und es gibt mal wieder ein Townie Makeover. Das gab es jetzt schon eine ganze Weile nicht und ich hatte einfach mal Lust, mal wieder eins zu machen. Und wir haben uns die gute Judith Ward rausgesucht. Das ist ein Townie, der in Get Famous, also werde berühmt, dazu kam. Das ist jetzt mittlerweile auch schon bald ein Jahr alt, ne? Das ist schon krass eigentlich, aber... Ja, ich habe mir bei ihr natürlich halt gedacht, dass sie eher halt, weil sie ja schon diese Falten und so weiter hat, die wollte ich natürlich beibehalten. Deswegen musste ich da ja auch diese anderen Lashes dann benutzen. Und halt den Skin da zum Beispiel nicht und so, den ich eigentlich wollte, weil ich wollte, dass sie die Falten behält. Weil es ist halt so eine Sache, die sie halt hat und ich möchte die halt jetzt nicht entfernen. Nur weil ich es jetzt vielleicht nicht so schön finde. Aber ich meine, es macht sie ja auch so ein bisschen aus, dass sie jetzt schon ein bisschen älter ist, aber trotzdem noch ganz schick sein kann. Und ja, ich habe dem natürlich halt auch einen Stil gegeben, den halt auch ältere Leute gut tragen können. Und ja, da gebe ich natürlich immer ein bisschen darauf achten, dass ich den Originalcharakter beibehalte, denn das finde ich halt sehr, sehr wichtig. Weil, naja, es ist halt ein bisschen doof, wenn es nicht so wäre, weil, ähm, keine Ahnung, es ist jetzt kein Makeover, sonst ist es ein, Hey, du hast einen ganz anderen Zimmer erstellt und das ist ja nicht das, was wir erreichen wollen. Und, ähm, ja. Ich habe mich letztendlich für diese Frisur entschieden, weil ich denke mir so, das könnte vielleicht, äh, ihre Haare, wenn sie diesen Dutt trägt, müssten ja theoretisch eigentlich ein bisschen länger sein noch, glaube ich. Ungefähr so, damit halt so ein Dutt dabei rumkommt. Aber ich fand, wenn, wenn sie ihre Haare ein bisschen schneiden würde, dann würde ihr das richtig gut stehen und das ist einfach so, also ich finde es total, total schön. Und deswegen dachte ich mir so, hm, irgendwie passt es zu ihr. Es hat irgendwie auch was von ihrem Style, ähm, ja, ich könnte mir ja sagen, ob ihr das auch so empfindet oder ob ich vielleicht einfach mal wieder so ein bisschen komisch drauf bin und Sachen entschieden habe, wo Leute sich nur so denken, Girl, du bist ein bisschen ganz schön behindert hier. Genau, aber das wäre nichts Neues. Ja, jedenfalls, ähm, dachte ich mir, dass es halt so ganz gut passt, alles, was ich so hier ausgesucht habe. Ich finde ihr Outfit auch schön, weil ich habe mich an den Farben, die sie jetzt halt vorher getragen hat, auch orientiert. Ich habe es, glaube ich, äh, ja, ich habe mich daran orientiert, weil irgendwie, ich wollte halt dem Ganzen den Touch beibehalten, wie ich jetzt schon öfter gesagt habe. Und, äh, ja, also ich finde sie halt schön. Ich habe halt auch nicht so lange gebraucht für das ganze Makeover insgesamt. Deswegen habe ich das Ganze auch jetzt nicht so schnell verschnellert, wie ich es normalerweise machen würde, weil ich wollte nicht, dass das Video nur so zwei Minuten geht oder so. Also, deswegen dachte ich mir so, okay, so ist schon in Ordnung, denke ich. Und, ähm, ja. Jedenfalls, ich mag den Charakter an sich so, auch wenn ich jetzt halt nicht so viel mit da zu tun habe. Ich habe jetzt ja auch noch nicht so viel Get Famous gespielt irgendwie. Also, weil, also ich finde es cool mit dem ganzen Promi-Dasein und so weiter, aber ich habe jetzt irgendwie nie mit anderen Promis viel gemacht, wenn ich gespielt habe in der Welt. Und, weil, keine Ahnung, es ist halt einfach nicht zwingend notwendig, so. Ich habe mich einfach nur hochgepusht, dass ich halt krass bin und, äh, das war es dann halt auch schon wieder. Aber, ähm, ja, also so, was ich jetzt so von ihr weiß, sie ist eigentlich ganz cool. Ähm, ja. Mir gefällt sie. Also, ich finde sie auch eigentlich so schon ganz hübsch. Also, mir, also sie wirkt halt so ein bisschen, ähm, nicht so modern. Und das ist so das, was ich mir denke. Äh, das muss natürlich nicht sein, aber da sie jetzt halt sehr bekannt ist, und ich weiß gerade gar nicht, durch was sie bekannt ist, ähm, dass sie halt doch ein bisschen, ich möchte nicht sagen, altmodisch rumläuft, aber eher so, doch eher in so eine Richtung, ähm, und nicht gerade sehr modern. Und ich habe ihr jetzt halt einen Look gegeben, der halt zu ihr passt, der etwas moderner ist, aber trotzdem gut für etwas ältere Damen tragbar ist. Also, ich meine, jeder soll tragen, was er will, aber es gibt halt Sachen, die stehen älteren besser als jüngeren, zum Beispiel. Ähm, natürlich kann trotzdem jeder tragen, was er will, so. Aber es ist halt einfach so eine Sache, die, die ist halt so. Und, ähm, ja, ich habe halt versucht, einfach ihren Look ein bisschen moderner darzustellen, aber so, dass es halt noch zu ihrem Alter gut passt. Und, ähm, natürlich müsst ihr mir dann wieder schreiben, ob mir das Ganze gelungen ist. Ähm, also ich finde, mir ist es gelungen. Ich finde, äh, das Outfit sehr, sehr schön. Ihr wisst jetzt auch nicht, wie es komplett zu Ende ist, aber... Ich finde es super. Ich hatte hier ein bisschen damit, äh, gemutmaßt, ob ich nicht vielleicht sogar was nehmen kann, was halt mal kein Casting Content ist, sondern von dem neuen Inselleben-Pack. Wenn ihr übrigens eine Review sehen wollt, meine ersten Eindrücke zu Sims 4 Inselleben, dann, äh, guckt euch in der Endcard doch einmal das Video dazu an. Ähm, es ist ein bisschen längeres Video, aber ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da einmal reinschauen würdet. Und, ähm, ja. Also es wäre sehr sweet von euch, wenn ihr das tun würdet. Und das ist die gute Judith. Ich finde ihr Outfit richtig cool. Irgendwie, es hat halt einfach was. Und es passt so zu ihr. Und, ja, wie gesagt, sagt ihr mir, was ihr von ihr haltet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und Tschüss!